Letzte Folge, zehnte Folge NAND-Game. Heute machen wir die beiden letzten Levels und der Level Computer ist relativ simpel. Wir müssen hier eigentlich nur unsere Module, die wir schon vorher gemacht haben, zusammentragen. Einmal dieses Programmmodul und einmal das Control-Modul. Diese beiden ordentlich miteinander verschalten und das ist eigentlich nichts Schwieriges. Einen Takt brauchen wir noch, den generieren wir hier. Da können wir einen Puls immer rausgeben. Das verbinden wir natürlich mit beiden Modulen, sodass wir beide Module hier takten können. Der Program Counter fängt hier auch schon munter an zu zählen. Und jetzt geben wir die Ausgabe hier, die im Programm an der entsprechenden Stelle steht. Wenn da jetzt ein Code steht, der kommt hier als Instruction, als Anweisung in die Steuereinheit. Die Steuereinheit stellt fest, ob wir springen müssen oder nicht. Wenn wir springen müssen, dann sagt sie das, diesem Programmteil, und sagt auch, an welche Adresse gesprungen werden muss. Das heißt, dieses A verbinden wir auch. Und das war es eigentlich schon. Schauen wir mal, ob er zufrieden ist mit unserer Lösung. Und er sagt, die simplest possible solution, die bestmögliche Lösung. Und wir haben viele NAND-Gates verbraucht. Gut, aber jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mal wirklich laufen lassen mit einem Stück Code. Also wir bleiben auf diesem Level. Ich lade das nochmal von vorne, damit der Programm Counter auch auf 0 steht. Macht er aber leider nicht. Okay, ist egal. Wir haben hier die Möglichkeit, Edit-ROM zu machen. Und hier können wir tatsächlich unser Assembler-Programm selbst schreiben. Das ist im NAND-Game selbst nicht wirklich so gut erklärt. Der Befehlssatz fehlt. Irgendwo steht, dass der Befehlssatz sich an einem von NAND-to-Tetris-Kurs orientiert. Aber sonst findet man hier relativ wenig. Ich habe es trotzdem rausgefunden. Und ich werde jetzt hier meinen Klassiker eintragen. Den habe ich über die Zwischenablage, hole ich mir den. Und zwar berechnen von dem Preis von Semmel und Brezel zusammen. Das ist ein Klassiker deswegen. Das habe ich in meinem allerersten Video schon gemacht. In dem Assembler-Simulator. Da wird auch beim Bäcker Preis von Semmel und Brezel zusammen addiert. Allerdings ist die Semmel und die Brezel ein bisschen teurer geworden. Die Semmel kostet jetzt 65 Cent und die Brezel kostet 85 Cent. Aber wir werden es gleich durchgehen, dieses Programm. Aktuell läuft er jetzt hier schon irgendwo. Das heißt, ich lasse ihn jetzt einmal auf den Anfang springen. Indem ich hier eine Null eintrage und ein paar Steps das Ganze laufen lasse. Mit jedem Step hier geht er eine Anweisung weiter. Das interessiert uns aktuell noch nicht, wo er eigentlich hinspringt. Aber jetzt muss er am Anfang springen. Was hier ein bisschen fehlt an dem Prozessor, ist ein Reset-Knöpfchen. Wo man sagen kann, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Hat er nicht drin. Spielt nicht wirklich eine Rolle. Ich muss bloß den Code wieder zurückeditieren, dass er dann wirklich ausgeführt wird. Jetzt ist er hier eins runtergesprungen. Er befindet sich aber tatsächlich noch an der Stelle Null. Program Counter gilt. Der zeigt auf die Adresse Null. Und ich schiebe das Ganze jetzt, nein, da machen wir jetzt, ich schiebe das hier mal ein bisschen rüber, damit man sieht, was passiert. Und mache nochmal hier meinen Edit-Rom. Der kommt da hin, dann sieht man beides. Und dann schauen wir uns das Programm einmal an. Also Ziel ist, dass er Preis von Semmel und Brezel addiert. Das legt er zunächst beim Speicher an. Das ist fest im ROM einkodiert, dass die Semmel 65 Cent kostet. Das muss er aber ins RAM als Variable erstmal legen. Das heißt, diese 65 Cent kann er ins Register A übertragen. Danach den Inhalt von A nach D, weil in A ja die Adresse der ersten Variable muss. Dann schreibt er diese Null nach A. Das ist die Adresse von dieser Stelle, wo der Semmelpreis liegen soll am Anfang. Und schreibt dann D, da liegt der Semmelpreis ja dahin, wo A hinzeigt, nämlich dahin. Und das schauen wir uns als erstes an. Also 65 nach A, das ist passiert. Hex 4.1 merken wir uns, weil da unten sehen wir die 65 nicht mehr. Danach das von A nach D übertragen, ist auch passiert. Dann stellt er A auf Null, damit er auf diese Adresse Null zeigen wird. Jetzt zeigt er an die Adresse Null. Und schreibt den Inhalt D, die 65 Cent, an die Adresse Null. Vier Assemblerbefehle für so eine simple Sache. So ist es eben bei einfachen Prozessoren. Das gleiche nochmal, diesmal Preis der Breze. Aus dem ROM rauslesen, ins Register D übertragen, die Adresse 1, also diese hier hart einstellen. Und das dann reinlesen. Schauen wir mal. Aus dem ROM nach A. Von A nach D. A auf die Variable, auf die richtige eingestellt. Und der Brezenpreis liegt an der Stelle. An die Adresse 2 soll die Summe, warum zeigt, also das mit dieser gelben Leiste, das funktioniert nicht richtig. Aktuell sind wir an Adresse 8, broken counted. Das heißt, wir sind hier. Er erhöht A jetzt nochmal um 1, damit er auf 2 zeigt. Das macht er. Und da soll eine Null eingetragen werden. Das kann er direkt ohne Zwischenweg übers D-Register, damit die Summe erstmal gelöscht ist. Ordentliche Verhältnisse am Anfang. Jetzt ist diese Summe gelöscht. Die Variablen sind vorbereitet. Und jetzt erfolgt die eigentliche Rechnung. Wir sind an Adresse 10, also hier. Und da legt er jetzt in die A zunächst mal eine Null, weil er jetzt lesend wieder auf den Preis der Semmel zugreifen möchte. Da ist er drauf. Und liest das wieder zurück ins D-Register. Das ist der Preis der Semmel, 65 Cent. Ins A-Register muss er jetzt den Preis der Breze eintragen, damit er danach die beiden addieren kann mit dem Additionsbefehl. Also stellt er das A-Register erstmal auf 2. Nein. Hier sind wir. A plus 1. Er erhöht es um 1. Wir sind an Adresse 12. Dann hat er auf 1 adressiert. Da liest er den Preis der Breze ins A-Register rein. Jetzt haben wir sie da stehen. Semmel, Breze. Und jetzt wird addiert. D plus A nach D. Jetzt stimmt es zufälligerweise mal. Zeile 14, das passt. Also einen Single-Step. Und er hat addiert. Im D-Register liegt das Ergebnis 1,50 Euro. Das muss jetzt noch da unten reingeschrieben werden, wo die Summe rein soll. Also lädt er das A-Register mit der Adresse 2. Da soll die Summe rein. Okay, aktuell stimmt das ja so gar nicht. Da sind die Quellen. Also Semmelpreis, Breze-Preis, Summe noch leer. Und im nächsten Schritt wird die Summe da unten rein übertragen. Jetzt hat er es berechnet. 1,50 Euro liegt an der richtigen Adresse im RAM. Und was jetzt noch kommt, ist, er bereitet ein Label Ende vor im A-Register. Auf das wird er dann springen, sodass er in der Endlosschleife hier unten stehen bleibt. A zeigt jetzt auf Adresse 17. Und hier kommt der Sprung nach 17. Dann springt er da rauf und dann lässt er A wieder auf 17 zeigen und springt. Und dann bleibt er da unten einfach stehen, nachdem er gerechnet hat. Also, unser Prozessor funktioniert. Er kann rechnen. Schöne Sache. Jetzt sagen wir hier, I have completed the level. Und machen. Oh. Okay, das kann sein, weil wir ja einen Code eingeladen haben. Dann funktioniert das nicht mehr. Müssten wir dieses ROM wieder komplett löschen. Damit der Level auch richtig funktioniert. Denn funktioniert hat es ja. Jetzt ist hier leer. Und ich sage, I have completed the level. Und jetzt passt es auch. Die beste Lösung gefunden. Alles in Ordnung. Hat ja vorher schon funktioniert. Nächster Level. Letzter Level. Jetzt sollen wir noch ein bisschen Input, Output machen. Okay, das ist jetzt hier. Haben wir praktisch so einen... Eine Art Hardware, ein Roboter. Und der kann bestimmte Dinge machen und die sollen wir ansteuern können. Das ist eigentlich nichts viel mehr als irgendwie Splitter und Bundler. Ich lege mal hier einen Splitter hin. Splitte dieses X auf. Lege mal oben einen Bündler, der alle 16 Bit wieder auf einen Bus legt. Dann kann ich hier als Output nehmen für irgendwelche Sensoren. Und dann muss man halt jetzt hier lesen, was ist gefragt. Die Ausgänge sollen sofort lesbar sein. Die Eingänge sollen erst gesendet werden, wenn das Store 1 ist und das Glock 1 ist. Also nehmen wir hier mal ein Und. Und sagen, wenn Glock und Store High ist. Dann hätten wir diese Bedingung schon mal. Dann sollen wir erst die Ausgänge senden. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass der Platz reicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einen Select. Und sagen, nur dann, wenn die beiden 1 ist. Dann möchten wir das X am Splitter sehen. So müsste es einigermaßen gut ausschauen. Und dann ist es letztendlich nur noch Bit zu ordnen. Ich denke, das müsste es gewesen sein. Schauen wir mal. Klappt das so? Jawohl, die einfachstmögliche Lösung. Das ist jetzt der Level. Ganz nett. Klar, man kann jetzt hier irgendwelche Sensoren ansteuern. Und kann Sensoren auslesen oder Aktoren ansteuern. So muss man sagen. Das war die Serie zum NAND-Game. Wir haben alle Level gemacht. Next Level. Congratulation. Wir sind fertig. Wir haben keine Level mehr zu lösen. Sehr schön. Also schauen wir uns nochmal die Level an. Alle Level gelöst. Das einzige sind hier noch optionale Level. Die werde ich machen, wenn das Feedback entsprechend ist. und ihr euch alle diese Multiplikation wünscht, zum Beispiel. Die, denke ich, kriegt jeder selber hin. Dann mache ich nochmal einen für die Multiplikation. Aber zunächst war es das einmal. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich freue mich über Kommentare, über Rückmeldungen. Und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.